Was ist das Spannende kurz vor solch einem Interview, das natürlich bald ausgestrahlt wird auf ATV? Die Fragen, die kommen werden, ich bin schon sehr gespannt. Unsere freiheitliche Bundespräsidentschaftskandidat Norbert Hofer spricht Klartext, heute passend im TV-Format Klartext von ATV. Norbert Hofer meistert wie gewohnt in souveräner Manier und vor allem gut gelaunt die Interviewfragen. Norbert Hofer, wie war das Interview jetzt für ATV? Ja, es war wie immer, ich bin ohne Unterlagen und unvorbereitet hineingegangen und habe mich da sehr wohl gefühlt und ich bitte einfach euch, schaut euch dieses Duell an, es war sehr spannend. Herzlichen Dank, Dankeschön. Danke.